Der ist weg, der erinnert gar nicht auf. Ja, ja. Jetzt um 12 fahren wir dann wieder zwei Führungen. Nochmal ins Zentrum an der Seescheibe, weil der drei Spiegel drücken wird. Aber für die, die eine Spielarbeit werden am Früh-Arbeiten, wo sie sich vorstellen wollen, wo sie sich dann wieder informieren wollen, sich dann aufrauschen wollen, sich tiefer rein schauen wollen, ist das der Punkt dann bei E-Vorg-Stadt der Bregen-Aufschule. Die können dann auch um Rögen-Aufschule starten. Normal und ist dann immer abgeschreckt nur die normale Führungen. Also wenn wir Rögen-Aufschule, zwei Führungen, E-Vorg-Aufschule, die Bregen-Aufschule, die normalen Führungen. Im ersten ... ... ... ... ... ... ... ... Einmal mit welcher Punkt gelangt, das ist liefbar, aufgenäher im Blauen 7,41 bei der Firma Heimschi gebaut, 50 kmh schnell, 368 kmh die Leistung, von knapp 110 Meter, also 9,80 kmh nicht genau sein. ... Die Waren da, die kommen auch von der Eisenbahn, aber es ist auch viel, die sind auch fast gleich die Eisenbahn, die sind auch ganz schön. Ich habe das schon mal gehört, das ist auch ein bisschen aus dem Auto mit der Karte. Aber es kommt auch noch so elektronisch rein, das kann man sehen. Die kommen hier auch ein bisschen. Die Kirche Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.